Ich habe gestern nur beantworten können, was vorher in dieser Sendung gelaufen ist. Ja, aber Herr Urter, ist doch klar, Zwergbrand. Der Gartenzwerg an sich will gebrannt werden, ist aus Ton. Und deswegen ist ein Zwergbrand ein Gerät, in dem man Gartenzwerge brennt. Ach so, brennt, also herstellt. Ich dachte schon, ansteckt, das ist ja ganz furchtbar. Ein Zwergbrand ist ein Durst, der man nur mit kurzen löscht. Das ist nicht schlecht. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Lilliputader nach einer durchzechten Nacht. Ja, also eine Lederallergie hat. Das kennen Sie ja, die Lederallergie. Die Lederallergie kenne ich. Die Lederallergie kenne ich, ja. Immer wenn Sie mit Schuhen aufwachen, haben Sie einen dicken Kopf. Ja, natürlich. Aber normal ist ein Brand, ein Brand ist ein Destillat aus etwas. Es gibt einen Obstbrand, es gibt einen Zwetschgenbrand, einen Birnebrand und der Zwergbrand ist nichts anderes als ein destillierter Zwerg. Völlig richtig. Das ist das Leben danach. Dann habe ich ja noch einiges vor mir. Das glaube ich nicht. Ist alles falsch. Ich glaube, Brand würde ich, sag mal ganz platt, das hat wirklich was mit Feuer zu tun. Ein Zwergbrand, es gibt ja auch diesen Brand, der nicht richtig, ein Kriechbrand oder Schleichbrand. Schwelbrand, das sind nur so leicht. Und Zwergbrand sind vielleicht immer nur so Willi-Brand. So kleine, ich wollte ja sagen, ja, Egon Bahr, eine Zwergbrand. Oh, das war ja aber sehr intelligent. Willkommen im Scheibenwischer mit Olli-Dittel. Ja, natürlich. Dankeschön. Also es ist ein Zwergbrand praktisch ein Brand, das hat mit Flammen zu tun, der an kleinen verschiedenen Stellen mit kleinen züngelnden Flammen ausbricht. Sehr lokal, der sich nicht ausbreitet. Oder nur ein Brand, der wirklich aus etwas sehr kleinem kommt, zum Beispiel aus einem Teelicht. Das ist mir schon mal passiert, ein Teelicht in, ja Freunde, da muss nicht gelacht werden, ich hätte tot sein können. Der ist aus, ich habe so ein kleines Teelicht, was man so rein stellt und es brannte und man kann es ja nicht löschen. Ich habe es dann gemacht mit Wasser, das ist total verkehrt, das sollte man nicht machen, weil es gibt sofort eine Stichflamme bis zur Decke. Und das ist ein Zwergbrand, 500 Euro für mich, vielen Dank. Ein Zwergbrand, Zwerge arbeiten ja, das wissen wir ja alle, arbeiten ja im Berg. Vielleicht ist ein Zwergbrand, Sie arbeiten doch nicht im Berg. Ich habe manchmal das Gefühl, dieselbe Last auf meinen Schultern zu tragen. Man sagt doch auch Bergzwerg, also man arbeitet im Bergzwerg. Das meinten Sie, oder? Das ging hoch in die Richtung. Ein Brand im Bergwerk, der bestimmte... Ich rede nicht vom Bergwerk, ich rede vom Zwergbrand. Also, es gibt doch Brand Zwieback. Ja, sehr, sehr gut. Der Zwergbrand, wie heißt die Zwergbrand? Der Zwergbrand, das gibt inzwischen so kleine Zwiebacke, auch mit Kokos, sehr lecker geraspelt. Die Dame nickt, Dankeschön. Und der Zwergbrand an sich wird ein kleiner Brand Zwieback sein. Wie viele Zähne haben die? 32. Habe ich in einer anderen Sprache gesprochen? Ja, ja. Ich habe es aber auch nicht verstanden. Der Zwieback hat doch diese Zähne an der Seite. Nein. Wie eine Briefmarke. Nein. 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 In Ihrem Jahrhundert vielleicht. Ja, natürlich. Wir kennen ganz normal Zwieback. Ach, Sie reden vom Zwieback? Ja, ja, ich weiß. Ich meinte die Kekse. Ah, Sie meinen Butterkekse, jetzt verstehe ich Sie. Ja, ja. Nee, ist falsch. Armer alter Mann. Ja, ja, ist falsch. Ja, ja. Butterkekse. Ist trotzdem falsch. Und der Zwieback. Ja, Zwieback. Ich meinte aber Zwieback. Aber es hat was mit Brennen zu tun, mit Feuerwehr, mit eindeutig Versicherung. Nein. Kann sich gegen treffen. Vielleicht keine Zwischenfrage, Brand mit DT oder mit D? Momentchen. Sehr gerne. Es kommt aus der Medizin. Mit D. Genau. Wenn der Zwerg brennt, muss man zum Arzt, der verschreibt eine Tabletta. Ach, Syphilis meinst du? So genau. Ja, der Österreicher an sich. Wir wissen ja, dass die Ösis bestimmt den medizinischen Fachauslauf ganz anders nennen. Das hatten wir hier an dieser Stelle. Ja, natürlich. Herr Doktor, ich habe einen Zwerg gebrannt. Das hat das Handelt. Aber es gibt doch tatsächlich vielleicht ein Organ. Es gibt ja viele Organe, die, wie man sagt, überflüssig sind. Wie zum Beispiel der Blinddarm oder auch die Milz, die nicht wirklich gebraucht wird. Und vielleicht gibt es, und das ist noch viel weniger notwendig, und deswegen kennen wir es eigentlich nicht mehr, ein Organ, das wir in uns tragen, das ist der Zwerg, der liegt irgendwo zwischen dem Zwölffingerdarm und der Leber oder so. Und genauso wie es einen Milzbrand gibt, gibt es vielleicht auch einen Zwergbrand. Wie wäre es denn, wenn der arme alte Mann es wieder falsch ausgesprochen hat? Und das ist nicht Zwerg, sondern Zwerchbrand. Sodbrand, Zwerchfell. Hallo. Warten Sie mal, ich guck noch mal. Sehr gerne, Herr Balder. Nee, mit G, Zwergbrand. Ein Zwergbrand. Ja, gut. Sind wir in der Medizin, Herr Balder? Sie schon, ich nie. Ich glaube, Handwerk. Ich bin immer noch fürs Handwerk. Das ist mal eine gute Idee. Vielleicht gibt es ja im handwerklichen Bereich Dinge, die gebrannt werden, die man als Zwerg bezeichnet. Gebrannter Zwerg scheut das Feuer. Gebranntes Kind scheut die Mandeln. Ja. Machen Sie mal weiter. Ja. Ah, der hat schon wieder Recht, oder was? Nee, nee, nee. Das ist das Gesicht. Er spricht sich in Wolf und er sagt alles falsch. Aber er ist sich jetzt sicher geworden. Wie netter der Mann. Wir werden es abwarten, Herr Wolf. Wir werden es abwarten. Wir werden es abwarten. Im Handwerk etwas Kleines, was gebrannt wird. Wie zum Beispiel, was wird überhaupt gebrannt? Ton, Emaillarbeiten. Kupfer. Kupfer. Habe ich mal so da rein gesagt? Kupfer. Muss ja nicht stimmen. Du hast schließlich 500 Euro gewonnen. Lehm. Lehm. Brand. Zwergbrand. Ah, vielleicht kleine, die kleinen Eckstücke von Fußgängerzonen, wo besonders... Die sind es jetzt nicht. Ah ja. Also kleine Stücke im Handwerk werden gebrannt. Kleine Flaschen werden... Nee, die werden... Also Handwerk, Herr Hohiker, ist... Falsch. Vielleicht ist es etwas... Ein Österreicher hat ihn noch nie verhauen in der Sendung. Vielleicht ist es sozusagen eine Art Best-of-Gebrüder Grimm. Vielleicht ist hier Hänsel und Gretel und die sieben Zwerge in einem Märchen zusammengefasst. Vielleicht wurden hier kleine, kleinwüchsige Waldbewohner in einem Ofen von einer bösen Hexe zu einem... Okay, ich zieh die Frage zurück. Das war eine gute Idee. Ich werde es euch sagen, ihr seid ganz weit weg. Ihr werdet es nicht wissen und Tobias wird gleich Geld bekommen. Zwergbrand. Der sogenannte Zwergbrand ist eine Krankheit, von der Weizen, Roggen und Gerste befallen werden. Durch eine bestimmte Pilzart, nämlich den Brandpilz, wird das Wachstum der Getreidehalme gebremst. Der Halm wächst nicht so hoch wie normalerweise. Daher Zwergbrand. Interessante Antwort. Jetzt wissen wir es. Tobias David aus Köln. 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Ihnen. Sehr gut. Ich gehe jetzt mal nach Felbke. Felbke liegt, wie wir alle wissen, Klaus weißt du bestimmt, in Niedersachsen. Und in Felbke wohnt Christina Gollup, die ich jetzt ganz herzlich begrüße. Gollup? Christina Gollup. Was? Was? Du hast es so ausgesprochen. Ich ziehe den Nachnamen zurück. Christina. Ich meine Sie und... Sie sind ein Troll. Ja. Nein. Christina. Ich drücke Ihnen alle Daumen. Christina möchte folgendes wissen. Wie kommt es, dass in Ohio fast 5000 Autos herumkurven, denen jeder ansieht, wohin Sie gerade fahren? Ist ja ganz einfach. Es gibt eine einzige Straße, das ist eine Einbahnstraße und die führt nur von einem zu einem anderen Punkt. Gut, Sie wollen aber wahrscheinlich von uns den Zielort wissen und womit die Autos gekennzeichnet sind. Ja, ich möchte von euch an sich nur wissen... Warum? Warum? Also, mein Tipp wäre folgendes. Die fahren ja nicht alle gleichzeitig am selben Ort, das wäre ein sehr hoher Turm. Deshalb vermute ich, das läuft über den Tag. Und zwar liegt da irgendwie Ford, General Motors, Stunler, Chrysler oder irgendwie sowas. Die stellen Autos her und die müssen an einen See, an einen Bahnhof und die produzieren pro Tag etwa 4500 Autos. Und die müssen dann den Tag über eine ganz lange Straße entlang fahren, vom Werk bis zum Bahnhof, bis zum Flughafen, bis zum Schiff. Und von dort werden sie dann weggefahren. Aber sind die Werke nicht mehr so in Detroit als in Ohio? Ja, deshalb fahren die da ja lang. Also, ich behaupte jetzt mal Folgendes, es gibt doch diese hochnotalbernen Veranstaltungen neben Rodeo, die auch, wo die diese Wägen haben mit diesen riesigen Rädern, die andere Autos platt fahren. Das ist doch ein amerikanischer Spaß. Trucker, Trucker, ähm, Monster Trucks. Monster Trucks. Monster Trucks. Das heißt, diese 5000 Biester sind Monster Trucks. Und deswegen sieht man, wo die hinfahren, weil es gibt nur einen Veranstaltungsort, wo die die anderen Autos platt fahren. Es sind Privatwagen. Ja, und... Es ist täglich, oder? Täglich, oder? Täglich. Ist das ein Navigationssystem, was außen am Wagen angebaut ist? Wie sieht das aus? Ja, das ist dann so ein Bildschirm und man muss halt immer jetzt leider außen gucken, wo man jetzt gerade hinfahren muss. Das ist anders, sonst liegt doch immer die alte Frau im Kofferraum. Diesmal ist die oben auf dem Gepäckträger und sagt, links abbiegen. Und alle können sagen, ach Mensch, der fährt in die Beethovenstraße, zum Beispiel. Die gibt's nicht in Ohio. Das ist auch der einzig schwache Punkt in meiner Argumentation. Sehr gut, wehr dich ruhig. Ja, ja, keine Ahnung. Du warst so nah dran. Ich lasse mir das nicht gefallen. Wofür ist Ohio bekannt? Also Ohio ist ja erstmal nur ein Bundesstaat. Hauptstadt Kolumbus. Ja. So, Ohio. Wenn du bei Jauch gewesen bist, bist du sehr arrogant geworden. Ja. Also, ich rede von dem gesamten Bundesstaat Ohio. Ja, deshalb überleg ich ja, wenn der nicht so groß ist, vielleicht fahren die alle nach Kolumbus in Richtung Hauptstadt und die Mitarbeiter des Staatsdienstes haben einen Aufkleber. Nein, er sagt ja privat, nicht staatlich. Ja, privat, aber also, die haben private Autos. Die Frage ist jetzt, sind diese Autos, die sind ja gekennzeichnet. Alle erkennen diese Autos an irgendetwas und wissen alle, wohin diese Autos fahren. Frage ist, gibt's da was umsonst, wo die hinfahren? So, richtig. Da müssen wir hindenken. Oder, was, was, was? Gibt's da was umsonst, Herr Bauder? Ich weiß es, es sind alles Autos mit drei Rädern und das ist eine Rückrufaktion. Ah, find ich gut. Das kommt doch wirklich wieder, das erkennt man so. Und zwar schon seit Jahren. Wir müssen sofort wissen, wo die hinwollen. Ja, in Ohio wurden ja schon mehr Autos zurückgerufen, als jemals hergestellt worden. Ja, ja, eben. Herr Karchner, vielleicht helft uns Ohio ja wirklich weiter. Ohio, aber keine Ahnung, wofür Ohio... Was ist denn in Ohio? Was gibt's? Haie, Haie gibt's in Ohio. Wie gibt's so auf Mallorca? Ralf Möller. In der Altrolle. Also was, wofür steht, wo könnte Ohio? Keine Ahnung, aber es gibt ein großes Industriezentrum dort, wo unter anderem auch Rodeos veranstaltet werden. Und Ohio selber hat keine Arbeitskräfte. Deswegen sind das alles Pendler. Ich fang gleich an zu weinen. Und du weißt, ja, du weißt in der Früh, wenn die Sirene angeht in ganz Ohio, die Tore der Industrien öffnen sich und alle Pendler fallen ein in Ohio. Und um fünf am Abend fallen sie alle wieder nach Hause. Entschuldige, hat das vielleicht was, weil ich das eben nicht gefragt hab, sondern nur behauptet hab, War das was mit diesem Rodeo zu tun, dass die alle Pferde-Wägen hinten an ihren Wagen dran haben? Nicht Däglich. Nein, nicht Däglich. Vier und halb tausend, das klingt doch nach, also und die fahren wohin. Ich glaube nicht, dass das da irgendwie ein schönes, eine kleine idyllische Lüschdung gibt. Lüschdung. Lüschdung gibt. Jetzt sagen wir nochmal, idyllische Lichtung. Grüner Platz im Wald. also dass sie also es muss irgendetwas sein wo also sowas wie ein arbeitsplatz sein wo klar ist dass da alle hinfahren und das ist morgens nicht dort die einzige tankstelle in der gegend ist es vielleicht ein ort wo also der jetzt ich sag jetzt mal ganz banal der besonders schmutzig ist oder wo es um öl geht oder staub oder besonders staubig so dass man eben diesen autos ansieht aufgrund der geologischen verhältnisse des autos wo die hinfahren und anhand des schmutzes der auf diesen autos ist weil sie die nie waschen ja weil sie immer dreckig dort hin das ist aber ohio hat nämlich kein keine industrie ohio ist eine ländliche gegend da sind sämtliche eierfarmer also hühnerfarmer der hühnereier produzieren sind dort und die fahren weil 4.500 ist nicht so viel alles gouverneur von ja arnold wollte er früher also eier präsentat aber die fahren einfach und das sieht man ja hinten an der ladefläche diese ganzen eier kartons ich erinnere mich die fahren zur städtischen ohio eier sammestelle zur eier sammestelle irgend so was muss es sein die liefern was nein das sind ganz normale privatwagen die haben auch die leute also die leute die in den autos sitzen haben auch alle dasselbe ziel und die wollen alle zum selben ort was ja im genau genommen ja dasselbe ist was ich jetzt gerade gesagt vielleicht sind sie unter hypnose richtig genau sie werden magisch angezogen du siehst am blick dass die deutschen es handelt sich um ein großes industriegebiet auf einer insel ist ja nicht irgend so ein see oder sowas der ohio see zum beispiel und da gibt es eine brücke und diese brücke ist morgens nur in eine richtung offen und abends nur in die andere richtung offen und alle die morgens darüber fahren 4.500 leute müssen alle in dieses industriegebiet und sie haben keine verdammte möglichkeit wenn sie das machen und haben an dem auto so ein elektronisches zellsystem deshalb ist da so ein nupsi drauf und deshalb erkennen alle A vielleicht ist es ja so dass diese 4.500 oder 5.000 leute 5.000 autos die arbeiten also alle in einem bestimmten werk und das sind ja relativ viele menschen für ein werk tun die nicht weil ich habe jetzt gedacht die sind so markiert dass die sich auf den parkplätzen orientieren können oder dass die wenn sie alle zusammenstehen die autos ein lustiges kleines mosaik alles falsch ich sage ich sage ihr kommt nicht noch ihr werdet nicht darauf kommen es ist eine sehr lustige erklärung also passt auf diese autos den man ansieht wohin sie gerade fahren wer sie gerade kommen haben gelbe nummernschilder mit roten buchstaben normalerweise sind die nummernschilder in ohio weiß mit blauen buchstaben warum sieht man ein fahrzeug mit gelb rotem nummernschild weißen in ohio jeder dass der fahrer oder die fahrerin gerade zwischen zu hause und dem arbeitsplatz unterwegs ist oder vom arbeitsplatz nach zu hause warum diese damen und herren sind alkoholisiert am steuer erwischt worden und haben ihren führerschein verloren allerdings dürfen sie weil der richter ein einsehen hatte das auto doch noch benutzen aber ausschließlich auf einer strecke zwischen ihrer wohnung und dem arbeitsplatz diese einschränkung der fahrerordnuss wird durch das gelb rote nummernschild angezeigt so dass in ohio jeder weiß der fahrer so eines autos ist gerade entweder zur arbeit oder auf dem weg nach hau aber das hat sich doch george busch persönlich aus wir kommen zu sylvia bär sylvia bär wohnt in riegelsberg das liegt im saarland und sylvia möchte gerne wissen was ist eine ortsbrust eine ortsbrust da fehlt ein m vorne das kennt man wenn man in kleine ortschaften hinein fährt dann ist in der mitte oft ein verteiler kreis innerhalb dieses verteiler kreis erhebt sich ein leichter samt vielleicht mit grünem wildwuchs bewachsener hügel und genau in der mitte genau in der mitte dieses hügels aus der mitte steckt einen mast und dieser mast da hängt die fahne des orts das ist eine ortsbrust nein das ist quatsch nein nein so einfach ist das eine ortsbrust von den machern der dorfmatratze kommt zu das ist gut das ist gut wie hier von der dorfmatratze das ist gut ja scheinen ja welche zu wissen was ich meine und zwar im mittelalter gab es pro dorf weil er alle arbeiten mussten eine amme die alle kinder des dorfes versorgt hat und das war die sogenannte die ortsbrust ist die brust beziehungsweise der ort wo meine brust sich befindet bevor ich das mit auf peppe ist also die original brust gut andere also lustige medizinische dinge man hat ja auch schon mal einen zwilling irgendwo im becken und es gibt ja auch menschen mit drei brustwarzen also vielleicht ist das gar nicht aus james bond mit drei mit drei beiden muss auch menschen mit drei brustwarzen die brust ist ja das was das kind ernährt ja vielleicht ist die ortsbrust ein mäzen einer ortschaft und man sagt also weil der so viel geld spendet irgendwie das wichtigste unternehmen wird dann auch gerne ortsbrust genannt weil aufgrund dessen einnahmen dessen steuern dieser ort überhaupt eine chance zu überleben hat finde ich auch sehr klug es gibt zum beispiel holsteiner kühe wenn ich da mal einhaken darf ja zwar gibt es ein buch ich weiß das finden jetzt wieder andere nicht so interessant aber ich finde sowas interessant es gibt ein buch das heißt believe it or not und da sind sachen drin die man kaum glauben kann unter anderem beschäftigt sich dieses buch über glaube ich 20 seiten mit holsteiner kühen auf denen die natur wollte ist so keiner weiß warum ganze landkarten praktisch die das muster bilden also da gibt es zum beispiel kühe die haben komplett einmal die welt mit allen einzelnen erdteilen so als schwarze flecken auf dem weiß jetzt könnte es doch zum beispiel sein dass die ortsbrust bei einer solchen kuh einfach die genauen umrisse zum beispiel von braunschweig sind wäre jetzt mal braunschweig auf der brust natürlich wäre jetzt mal so ein ansatz ich habe aber noch eine ernsthafte überlegung zum beispiel früher gab es doch vielleicht bei den römern zum beispiel und später auch beim militär wenn die wenn die so mit schildern so in bestimmten formationen in die schlacht gezogen sind haben die doch auch irgendwie glaube ich auf schildern irgendwie im zeichen gehabt womit sie demonstriert haben wo sie herkommen oder gab es nicht so was man das nennt also verschaffen und vielleicht ist das sozusagen die brust ist damit vielleicht irgendwie ein bestimmter teil in dieser in dieser kohorte dass man wissen konnte wenn man gerade erschlagen hat wurde zum beispiel ja oder ein ort wo die brustpanzer gelagert waren und die soldaten konnten da hinlaufen und sich rüsten zum kampf das würde aber nicht ausbrust reißen das würde heißen dass wir die brustpanzer gelagert ich glaube ich habe mit armbrust ich meine aber ortsbrust ja er hätte doch sagen dass es eine variation einer armbrust sein könnte was ich glaube ist dass wir in allen orten gleich ist die ortsbrust genau das glaube vielleicht sind wir einfach zu also so festgelegt wir stellen uns unter brust immer dieses tüten vor gleich muss man unter brust etwas generell anderes etwa deshalb mit schild oder sowas die brust ist eigentlich das ein etwas größeres element was ich gebe weiter an von sinn was ist denn wenn der herr ort ein doktor war und der hat mal wieder eine wirbelsäulenverkrümmung entdeckt und irgendwie etwas mit einer medizinischen verformung ist eine ortsbrust und der mann schreibt sich mit th und sie sagen sonst nicht der schreibt sich nicht mit th aber es gibt ein aber das stimmt aber du bist am richtigen weg es gibt bestimmt einen ort der hat mit dem aber hat damit nichts zu tun das professor rudolf ort ja genau das war eine deformation die ortografie entdeckt das war eine deformation so wie die so wie hierarchitis oder die hühnerbrust gab es die ortsbrust wie sah die aus die waren nur auf einer seite sonst war es die zwillings ortsbrust aber irgend sowas ein medizinischer begriff wenn in einem gebiet zb in deutschland vielleicht über einen ganz großen landstrich irgendwo im bayerischen oder sowas vielleicht brüste oder männliche wie weibliche wir wollen uns ja gar nicht auf tüten festlegen einfach einfach unterschiedlicher aussehen als woanders da kann man sagen ist eine typische ortsbrust aus dem bereich braunschweig was nicht in bayern liegt aber ich sage dir die gummers fahrer brüste präsentieren wie wäre es denn mit dem tranchieren eines truthans falsch ich sag's euch das wäre schön jetzt also das deutsche wort ord bedeutet ursprünglich spitze äußerstes ende daher auch ort im sinne einer ansammlung von häusern die am ende eines weges liegen deswegen sagen wir ort dazu und das wort fand in dieser bedeutung auch eingang in die bergmannssprache das ende eines ganges wird als ort bezeichnet und als ortsbrust bezeichnet man im stollen aber auch im tunnelbau die wand die man gewisserweise vor der brust hat bevor der durchbruch gelungen nach klar dass er die aussagt ja super ich sag's euch schon ausgestiegen silvia bär 500 euro michael meyer wohnt an sich in thönis forst heute abend ist er bei uns bei genial daneben michael meyer wo wo ist da ist er michael hat eine wunderschöne frage ich bin gespannt ob die damen und herren das rauskriegen ich drücke den daumen michael möchte wissen was ist der enkeltrick der enkeltrick und zwar hat er angewandt um seine großmutter zur überschreibung der erbschaft funktioniert der enkeltrick ja das funktioniert wie denn so keine ahnung dazu oma gestern sagt ich habe ein ganz frisches enkel und wir sind ganz arm wir brauchen jetzt wir müssen uns weiterentwickeln und das haus ist zu klein geworden es ist genau das umgekehrte es ist der es ist ein trick und zwar es wird uns in der familie vorgekommen oma hat den enkeln jedes jahr immer irgendwie 100 mark geschenkt und keiner hat sich gemeldet dann ist sie auf die idee gekommen ich schenke allen einfach mal ein schick über 100 mark hat aber kein unterschrieben und die sind alle angetanzt aber ich glaube das wäre in dieser art und weise doch mehr der oma trägt aber enkel ist nicht was am fuß gibt es gibt es der onkel aber wir kennen aber nichts was auch enkel heißt was nicht sich auf ein menschliches enkeltrick ich glaube mit enkel ist generell ein nachkommen der zweiten generation gemeint also ein enkeltrick könnte so etwas sein wie der trick eines baumes dass er erst einen ast verliert aus diesem ast ein blatt wächst das fällt auf dem boden ein neuer baum entsteht oder wir sind in der genforschung das nicht naja dass du halt irgendwie schwer am züchten bist und in der zweiten generation kommt das erst am klappen also was wie ja kann so in der tauben züchtung oder kaninchen züchtung aber wie das der züchter an sich kreuz halt anziele stimmte biester um als enkelchen rosafarbene zu kriegen ein trick der natur züchtung wir sind in der züchtung trick der natur zwillinge zum beispiel werden oft eine generation übersprungen warum das ja weil wir die schon jedes generation steuerliche gründe ich glaube ich weiß es ist es ist wenn kleine kinder einfach relativ alten leuten die schon nicht mehr so ganz durchblicken einfach sagen du bist meine großmutter fertig und dann da irgendwie luk ja luk du bist meine großmutter um einfach dort vielleicht einige geschenke einzufordern sind wir vielleicht bei taschen dieben so nicht überhaupt bei dieben so nicht hat er gesagt so nicht so ja nun nicht ach so im sinne von noch mal ein bisschen anders erzählen viel dummes zeug aber ich habe gesagt dass kleine kinder behaupten irgendwelche leute wären sozusagen bei betrügern an der türe es ist wir es ist nepper schlepper bauernfänger es ist edel zimmermann und es ist der enkeltrick dass in der tat verwirrte ältere menschen an der haustüre genäppt werden indem menschen behaupten ich bin die cousine oder verwandt nicht an der haustür ich bin da per post per telefon per telefon ich schicke einen ja doch wie funktioniert das ja das habe ich neulich mal im fernsehen sehen wir treffen die melodien für millionen mit dieter thomas hecke weil da werden immer familien zusammengeführt dann heißt es immer und jetzt kommt roswitha und sowas habe ich am sonntag wieder gesehen und dann passiert ist dass da leute zusammengeführt werden und diese leute sind so lange nicht in ihrem haus so da hat nämlich neulich mal eine dame bei domian angerufen lass das mal ein jahr her sein die hat nämlich erzählt dass sie total pfiffig war weil sie ist angerufen worden von irgendeiner die hat behauptet sie wäre fachlich am ende aber enkelchen nicht aber irgendwie eine cousine oder die tochter einer cousine ich brauche ich brauche 1000 öcken und dann hat die ganz pfiffig parallel die polizei alarmiert und dann haben sie nachher etwas ausgemacht wann die sich das geld abholen und dann hat die polizei zugegriffen also ist die vortäuschung aber die verwandtschafts gratis am telefon aber dann soll ich mein gott jetzt spreche ich schon so wie ihre karteikarten hier ich muss das mal ich muss das mal so gelten lassen im prinzip ist es richtig beantwortet ja es tut mir leid es ist schon so können ja zusammenlegen wenn der mann ihn leidtut also es könnte zum beispiel folgendes gespräch stattfinden dann ruft einer an bei der oma und dann sagt er hallo wie geht's dir hat man wer am telefon ist und sagt die oma weiß ich nicht er kennt die stimme nicht bist du es hans und dann sagt er genau ich rufe dich vom autotelefon an verbindung ist so schlecht habe ein problem möchte dass keiner davon erfährt du sollst es wissen ich brauche deine hilfe nur du kannst mir helfen und dann möchte er gerne unbedingt dringend 1000 euro die er wenig später von einem guten freund abholen lässt weil er selbst verhindert ist und weg ist das geld und die polizei warnt im zusammenhang mit solchen telefonaten vor dem enkeltrick denn das ist richtig beantwortet es tut mir leid mensch also michael vielleicht kann frau von sinn mal aus ihrem reichen portemonnaie in noch ein overall abgeben ja aber auf jeden fall richtig beantwortet meine damen und herren wenn sie auch geld haben möchten dann können sie uns einfach eine frage zu schicken genial daneben 50 636 köln oder sie rufen einfach an 01 378 10 11 20 noch einfacher geht es per e mail fragen genial daneben punkt de wir kommen zu daniel thiele daniel thiele wohnt in dresden und möchte wissen was ist die dreck zu dreckstellung bernhardt hohe kamase noch vor wenn sie sich vor den spiegel stellen nein 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 das würde ich ja nicht so weit nein um gottes zu dreckstellung dreck zu dreck zu dreck zu dreck zu dreck oder gülle entschuldige gülle gewinnen gülle gewinnen man muss gewisses gewisse ausscheidung tier exkremente und so weiter in gewisse gruben also dreck zu dreck schütten damit die nicht wirklich als umweltschädlich eingeschätzt werden zum beispiel von mir oder ich bin im abbau von ärzen oder von das wäre mein zweiter verkbau dass das dass da also irgendwelche schaufel bagger sind aber automatisiert und das ist eine stellung ist von einer maschine die dafür sorgt dass die juten ins tröpfchen die schlechten ins kröpfchen damit überhaupt nichts ich glaube direkt kommt aus der aus der reinigungsbranche das kommt auf das naheliegendste wieder die dreck zu dreck stellung wenn man zwei schweine part das wäre jetzt mal was naheliegend ich glaube das ist eine ganz alberne deutsche vorschrift aus der deutschen waschstraßenordnung dass die schmutzigen autos müssen vorne stehen und hinten die sauberen weil sonst gibt es ein tierisches durcheinander vor allem in ohio das habe ich jetzt nicht verstanden ja sei doch froh das muss ich verstanden ist das die stellung wie eine mutter eine tante ein vater dem kind den staub von den hosen schlägt ja hallo wie man über seinem kind steht und sagt jetzt macht dich mal sauber bevor wir reingehen dreck du bist dreckig draußen ist dreck direkt zu dreck und es ist diese stellung aus dem ortopädie sind wir doch voll vorne hier liegen ja selbst falsch es kommt aus dem tierreich aus dem tierreich aus dem tierreich aus der paar aus paarungsverhalten von zum beispiel zum beispiel sehr gut aber tiere die mit imponiergehabe es gibt ja männchen die mit imponiergehabe das weibchen besitzen wollen und der der den größeren haufen hin macht der beeindruckt am meisten gut gedacht gut gedacht und das ist dann die dreck zu dreck jeder stellt sich zu seinem dreck das habe ich hier gemacht und das weibchen sagt aha bleibt mal in der tierwelt vielleicht es gibt es ja es gibt ja ich möchte gar nicht weitermachen vielleicht ist es ein beruf eine stellung ja eine stelle vielleicht sind es sind es leute die ja irgendetwas sauber machen vielleicht was dreck es ist dreck wegstellung lastwagenfahrer die fahren dreck weg auf den dreck sind das diese ein euro jobs die inzwischen so modern sind wo die leute durch den park gehen und die und die papiertüten aufpiksen und dann den dreck zu dem anderen dreck in die tüten tun so haben wir uns kennengelernt nein da war eine stellung eine stelle im sinne von anstellung das wäre doch ein schöner hinweis es ist so naheliegend dann ist fällt glaube ich anstellung weg weil mein gott dreck zu dreck ist es tatsächlich entschuldigung ich frage es einfach blöde wie der mensch auf die toilette geht ob wir sich auf die toilette setzt also das was wirklich ganz naheliegend aus uns selber rauskommen könnte also ich muss mal zwei sachen sagen es handelt sich hier nicht um eine anstellung sondern wirklich um eine stellung eine körperhaltung um eine stellung nicht um eine anstellung man kann ja auch einfach nur stehen in dieses erste und das zweitens der zweite weil ich sagen würde es ist überhaupt nicht naheliegend ich habe das nur mal so gesagt also es geht also um die stellung wir wissen nicht mehr an was wir uns festhalten können auch nur noch scheiße ich also stellung heißt dass wie zwei autos zueinander stehen wie man einen spaten an die wand lehnt oder sowas das meint er wohl mit stellung also ob er selber weiß was er meint wissen wir jetzt nicht aber wir tun das ist aber gar nicht so schlecht mit den autos es gibt doch bei ungeklärten unfällen gibt es doch sachverständige die rauskriegen wie fahrzeuge zum beispiel die absichtlich vorfahrtregel missachten um eben versicherungsbetrug durchzuführen gibt es sachverständige die das nachprüfen und die beschädigte stellen zum beispiel an fahrzeugen noch einmal nachvollziehen vielleicht hat das irgendetwas damit zu tun wobei ich zwar den begriff dreck da jetzt nicht unterbringe aber vielleicht geht irgendetwas kaputt oder es sprengt irgendwie dreck ab vom auto und das gut gelaunt in der kanalisation es ist die stellung der rohre wie man sie unterirdisch anordnen muss damit der dreck vernünftig in die abwässer fließen und ich bin beim glaser ich habe eine scheibe schmutzig gemacht noch eine ich muss den muss diese dinger transportieren man kennt ja die autos diese lastwagen wo man scheiben drauf transportiert und wenn die eine seite der jeweiligen scheibe nur dreckig ist muss ich sie damit die andere nicht verkratzt so zusammenstellen dass es die dreck zur dreckstellung ist ja freunde es geht doch sanitär finde ich gut das schmutz und das sauberwasser darf sich ja nicht treffen die verbindung zwischen schmutz und sauberwasser muss immer über ein keramikelement laufen also über ein waschbecken über eine badewanne oder über eine toilette über ein piss war oder über ein urinal dann mehr fällt mir jetzt auch nicht ein gut und das heißt immer dass die 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 richtigen rohre die richtigen wasserläufe zueinander separiert gehören und nicht übereinander gekreuzt und gemischt werden dürfen würde es euch helfen wenn ich euch sage das würde vor allem diesen mann oder so dann tue ich das also direkt zur dreckstellung nennt der eisenbahner so die grundstellung einer manuell bedienbaren weiche der hebel der zur weichenstellung umgelegt werden muss ist mit einem runden schild gekennzeichnet haben wir alle schon mal gesehen auf bahnhöfen dessen eine hälfte weiß und andere hälfte schwarz ist und in der grundstellung zeigt sich der schwarze halbkreis nach unten in richtung boden und weil die farbe schwarz für dreck steht der boden ebenfalls dreckig ist spricht der eisenbahn an diesem fall von der dreck zu dreckstellung regina heim kommt aus medmann und möchte gerne wissen warum wurde im januar 1901 die straße vor dem grand hotel in mailland mit stroh bedeckt verspätet das krippenspiel bisschen vertanem datum ja absolut die haben das gesehen da kommen wir machen noch ein best of von der show vom dezember ja ja doch das vielleicht hat das ausnahmsweise mal geschneit und damit die da nicht ausrutschen hat man das als als streu genommen so als als salz nur halt in strohform da kommt das wort auch stroh streu das ist verwandtschaftlich nicht nee nee was könnte es sein was bewirkt denn stroh wenn es es war auf der straße oder auf dem bürgerstag oder haben die ganz mailland es war auf der auf der straße vor dem grau sie haben ein theaterstück dort einfach gespielt welches ab herkules und der stall des augiers das heißt eigentlich papa ist der knackwurst auf italienisch egal so wie war das jetzt bin ich ich habe drei haare auf der brauche schnitt zu schmelzen nein hat es nicht es ist eine schwierige frage vielleicht ging es nicht um stroh isoliert stroh isoliert ist ein futtermittel ich vermute dass es trotzdem ein futtermittel war 1901 gab es eine unglaubliche hungersnot und da was für mit der froh pferden pferden ausgewandert die haben ganz in der österreichischen zipizaner haben sich damals zum ersten mal plass gehungert und da wurde eine öffentliche ausspreis so wie man rehe im winter auch mit so krippen füttert hat man in mailland weil man keine keine wälder hatte erfordern nein sie haben nur damit die rehe damit die rehe die italienischen rehe endlich vom grand hotel einmal essen und das reiche klientel die haben die rehe vom grand hotel es hat etwas eine vogelscheuche ganz einfach gebaut aus dem stroh wir wissen ja noch nicht wie das stroh da hingekommen dann ist sie haben eine vogelscheuche mit was weiß ich mit irgendeinem um gäste zu verscheuchen das macht doch sinn herr balder oder und dann ist es traditionell eine rallye ich bin wieder bei ich habe eine idee also es war ja nur vor dem grand hotel ja deshalb vermute ich vom ibis die bringen mich nicht raus das ist schon kompliziert ich wollte da nicht gut das ist gelogen also in diesem hotel war jemand drin für den ist wichtig ist dass dort stroh liegt deshalb vermute ich wir müssen in einen kulturell völlig anderen kulturkreis hineingehen um zu verstehen in welchem kulturkreis ist es wichtig dass stroh auf der straße liegt bin ich gut so wo gibt es etwas wo stroh auf die straße geworfen wird wo stroh benutzt wird wo stroh eine rolle spielt in niederwette wo die wurzeln meiner familie da war immer stroh auf der straße weil da immer schwer bauern was wie heißt der ort niederwette steht das auf ihrem zettel nein also ich denke mal wir sind in mailand bis jetzt aber er hat doch recht oder es war von dem hotel eine geste für einen gast es war nicht nur von dem hotel eine geste von ganz mailand so könnte man das und es kam ein bestimmter gast 1901 und januar ist driss egal ja nur ich hätte auch immer pril kommen können januar ist in dem falle glaube ich nicht dran ist das neue jahr was die begrüßt haben aber es hätte auch ein anderer monat wenn man zwar ganz der papst kommt der papst um das kirchenjahr zu öffnen oder sowas du wirst besser wissen hier gibt es ein prominenter wort auf alle fälle war eröffnung wahrscheinlich war eröffnung dieses grau hotels und entdeckte dass der war schon am leben ja trotzdem schon mal stroh vielleicht war da die erste der erste laufsteg für mode er hat ja gesagt dass es nicht was zu tun hat mit mit schlamm mit und dreck und sowas hat er schon gesagt er hat gesagt es hat etwas mit dem monat zu tun was doch nicht das heißt er sagt wenn er es richtig bedenkt könnte es auch januar februar mehr aber ich glaube es muss dann ein fest sein was was auch zufällig zum beispiel im februar sein kann aber in diesem jahr im januar war es geht nicht um ein fest es geht um ein mensch also um einen menschen der im grand hotel gewohnt hat in mailand bis mark der da schon nicht mehr lebte aber ich sag's einfach mal nicht im grand hat war eingeladen wollte aber nicht im hotel wohnen sondern vor dem hotel hat dort sein bedouinen zelt aufgestellt und da brauchst natürlich wer das ist irgendjemanden der nicht auf steinen laufen darf irgendwie ein der auf natur laufen muss und natur laufen will so irgendwie gandhi oder gedacht oder diesen rollwägelchen diese leute der so fahren wie eddie murphy bei die glücksgrenzen stroh aus war das ein berühmter künstler zur damaligen zeit ein berühmter varieté künstler kein berühmter varieté künstler ein berühmter schauspieler nein es war kein portug also es war kein kirchen und kein staatsvertretter caruso wer maria callas enrico caruso politischer oder religiöser macht nein es war ein berühmtes tier ein elefant ein elefant vielleicht war kein tier ein zirkus war in der stadt auch dass es war jemand da drin der ist berühmt nicht aus aus dem kulturbereich auch nicht aus der kultur aber ein schauspieler kein schauspieler ein musiker stroh auf die straße ich wollte gerade sagen der erfinder des strohrums vielleicht ein berühmter komponist in mailand ein deutscher komponist fraus giuseppe verdi es ging um giuseppe verdi natürlich hallo hat der vielleicht seine uraufführung vor diesem motel gemacht aida könnte sein vielleicht mit elefanten kommen elefanten und kamele vor das bühnenbild für die uraufführung von verdis aida falsch ja aber jetzt sind wir doch zum ersten mal näher dran als die letzten sieben minuten gut zwei chancen hat er noch vielleicht hat er so viel dummes zeug geredet dass sozusagen seine gedanken auf dem boden waren hinterher ist eine chance vorbei was denn man sagt doch jemand hat stroh im korps 1901 auf der straße von grand hotel in mailand weil warum in der premiere wegen akustik weil man wollte das stroh nicht schlecht die idee ist nicht schlecht die idee ist nicht schlecht aber aber das ist aber eierkartons dahin gelegt und styropor platten ich bin jetzt beleidigt weil ich dein witz ziehst du jetzt rum oder wie kann ich auch ich kann euch das jetzt sagen ja sagen sie es jetzt habe keine lust mehr vielleicht war er landwirt oder so von ein einfacher mann vielleicht war ja eigentlich ein einfacher mann wollte nicht in einem bett schlafen sondern in einer art stall oder so etwas nein ich sag's euch mal in der suite des hotels lag giuseppe verdi im sterben doch gott so was die mailänder die verdi abgöttisch verehrten wollten durch das ausgelegte stroh den straßenlärm so und das hat er gesagt natürlich hat er das gesagt ich wollte nur wissen warum ach leute das straßenlärm das ist ja nicht die erklärung aber da kann man doch mal sagen dass wir so ungefähr in der richtigen richtung sind aber ich habe ja nie was falsch gesagt Herr Balder wollen sie auch im sterben liegen und ihr Strohhar regina heim aus wettland 50 euro für sie ich gratuliere ihnen sie auch ihr lieben weihnachten steht ja vor der tür ich darf ihnen das spiel noch ans herz legen genial daneben verschenken sie es einfach und wissen sie was das beste an dem spiel ist Herr Balder liest die fragen nicht vor da hat er holt er wieder recht ausnahmsweise das war sehr interessant das war's wir sind morgen wieder für sie da morgen mit dabei ralf schmitz wiegand boning und verona pot formelie known ist feldbusch wissen wir alle wie geil sie ist frier feldbusch ja olli